Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein komplettes Neuheiten-Video und zwar in einem Full-Face-Make-up für euch. Ich habe mich tatsächlich heute nur für eine Lidschattenpalette entschieden, weil es für mich einfach zeitlich besser ist und ich nicht immer zwei, drei Looks schminken kann und aber auch gerne gleichzeitig die Looks dafür benutze, dann auch direkt Fotos zu schießen und ich finde, der Look ist richtig cool geworden. Den werde ich direkt ablichten für euch. Ich lade es dann meistens auf Instagram hoch, also falls ihr mir da noch nicht folgt, guckt dort gerne vorbei, denn ihr erfahrt sehr viel von meinem Privatleben und auch generell so die ganzen Reels kommen da einfach irgendwie ein bisschen besser rüber als die Shorts. Hier geht sehr vieles unter. Dann würde ich auch schon sagen, ich gebe weiter an die ungeschminkte Wahrheit mit diesen ganz schlimmen Pickeln. Viel Spaß beim Video. Es geht wieder los mit dem Schminkteil in diesem Hot New Make-up und ich kann euch jetzt schon versichern, es ist eine große Kiste voll mit Zeug und ich weiß auch gar nicht, was ich heute alles benutzen soll und was ich euch vor allem auch zeigen soll. Hier sind so viele verschiedene Sachen, dass ich einfach echt überfordert bin. Also ich könnte eigentlich allein vom Körbchen her vielleicht doch mal mit den gleichen Produkten bestimmt drei verschiedene Hot New Make-ups drehen. Ich würde aber einfach sagen, wir fangen mal an. Ich denke tatsächlich, ich greife jetzt auf einige Sachen zurück, die ich bereits schon sehr lange da liegen habe, vor allem auch sehr lange im Körbchen liegen habe. Also die beiden, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die auch heute benutzen werde, sind einmal von Primark, dieser hier, das ist eine Glow Cream, ist so ein bisschen ein Dupe zu der MAC Strobe Cream und dann eben noch ein Action-Eigenprodukt von MAC Strobe More, ein Face Primer. Das heißt, wir werden die beiden heute auf jeden Fall sicher verwenden. Ich zeige euch mal ganz kurz, was sonst noch alles in dem Körbchen mit drin wäre. Falls ihr zu irgendeinem der Produkte dann nochmal Interesse habt oder ich einfach dazu nochmal was abfilmen soll oder vielleicht auch gleich noch ein zweites Hot New Make-up, dann schreibt es mir einfach gerne an dieser Stelle unten in die Kommentare. Und natürlich auch nach jeder Kategorie. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich in jeder Kategorie mehrere Produkte zeigen und mich dann für die Produkte entscheiden, die im Moment für mich die spannendsten sozusagen sind. Ich habe ja auch schon seit ganz vielen Wochen, gefühlt auch schon Monaten, dieses Barrier Besties Kit rumliegen. Das habe ich euch auch schon in einigen Videos gezeigt. Ich bin einfach immer noch nicht dazu gekommen, das abzufilmen. Und das, obwohl mich die Produkte hier drin wirklich wahnsinnig interessieren. Ich habe bisher noch nie darauf zurückgegriffen, weil ich tatsächlich dazu ein komplettes Reel machen wollte. Aber selbst dazu finde ich nicht die Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, meine Haut spinnt momentan oder seit einigen Wochen so rum, dass ich mich auch wirklich nicht traue, mich ungeschminkt vor die Kamera zu setzen, um ein Reel zu machen. Weil ein Reel hat halt bei mir tatsächlich viel mehr Reichweite als so ein Basic-Video. Als Primer hätte ich außerdem noch zur Auswahl gehabt dieses hier von Trended Up. Ein Maracuja Glow Face Serum. Es sieht ganz cool aus. Ich kann auch echt nicht meckern. Es ist auch wirklich sehr spannend. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich halt jetzt auch so ein bisschen für die beiden ältesten Produkte entschieden, die jetzt hier drin liegen. Deswegen wundert euch da in der Hinsicht nicht. Als Primer habe ich hier außerdem noch den Insta Bright Serum Primer von der Catrice Clean ID Reihe. Auch ein sehr spannender Primer. Auch hier würde ich den unglaublich gerne testen. Aber mir fehlt halt leider so ein bisschen das Gesicht dafür. Und das letzte, was ich noch in die Kategorie so Primer einfügen würde, wäre diese Q10 Energy Anti Falten Erfrischende Augenpflege mit Vitamin C und E. Interessiert mich auch sehr, vor allem weil hier unten auch mildert müde Haut drinnen oder drauf steht. Und ja, das wäre auch so eine Reihe, wo mich unglaublich anspricht. Aber ja, wie gesagt, ich habe leider nicht genug Gesicht für die ganzen Produkte. Ich muss auch generell mal gucken, dass ich hier alles so ein bisschen vorsortiere. Ein Produkt, was hier zum Beispiel auch noch mit drin ist, was ich euch heute aber nicht zeigen werde, hat jetzt gar nichts mit Make-up zu tun, ist von L'Oreal dieses Elvital Full Resist Anti Haarverlust Serum. Habe ich auch vor ein paar Wochen zugeschickt bekommen. Und ich finde das auch richtig gut, auch wenn ich jetzt hier eine geschlossene Flasche rein habe. Ich habe unten tatsächlich schon eine geöffnete. Ich habe sozusagen dreimal diese Flasche hier bekommen. Eine habe ich an meine Schwiegermutter verschenkt. Und eben eine andere steht bei mir im Bad. Und eine war hier oben. Ja, finde ich eigentlich ganz cool bisher. Ich muss jetzt sagen, ich habe noch nicht viel davon gemerkt, aber ich nutze es auch ehrlich gesagt nicht regelmäßig genug, um davon wirklich einen Effekt zu merken. Oh Mann, ich habe hier so viel Zeug drin. Ich weiß gar nicht, wo ich noch weitermachen soll. Also ich kann euch gerade mal zeigen, wie es hier gerade aussieht, weil alleine das hier drin sind die ganzen Lippenprodukte für den heutigen Tag. Und das sind eigentlich auch Sachen, die müsste ich sogar fast jetzt schon wieder machen. Aber ich finde, ohne Make-up sieht es dann immer so befremdlich aus. Ich weiß, das Video wirkt ein bisschen wieder durcheinander. Es geht auch leider nicht anders bei so viel Menge an Produkten. Ja, auf jeden Fall würde ich dann jetzt sagen, wir fangen jetzt mal mit der Glow Cream Illuminating Primer an. Was ja eben, wie gesagt, so eine Art, ja, Vergleich zu der Make-Strope Cream sein soll. Ich kenne das Originalprodukt tatsächlich nicht. Bin aber sehr gespannt, denn mich interessiert auch schon das Originalprodukt sehr, sehr lange. Das ist die Konsistenz. Sieht ganz fresh aus, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, inwiefern es wirklich arg illuminating ist. Oh, diese Pickel tun so weh. Ich bin momentan so gestresst, dass ich echt überall Stresspickel kriege. Das ist so ätzend. So, ich gucke jetzt mal in meinen Spiegel und muss tatsächlich sagen, die Seite ist glowy. Man sieht allerdings auch so ganz kleine Schimmerpartikel in so Weiß-Silber. Muss man tatsächlich mögen. Also, Solo auf dem Gesicht würde ich sogar fast noch eher tragen, als mit einer Foundation drüber. Weil ich glaube, wenn sich das jetzt mit der Foundation mischt, wird das nicht so ganz prickelnd aussehen. Aber wir gucken mal. Dann geht es jetzt weiter mit dem Max & More Produkt. Und ich muss hier gerade mal ein bisschen die Verpackung entfernen. Und das kommt auf jeden Fall, ehrlich gesagt, viel hochwertiger als jetzt das Primark Produkt. Und ich finde generell, das Packaging, das könnte wirklich von einer Luxusmarke sein, wo es mindestens 20 Euro kostet. Also bin ich schon sehr zufrieden. Ich gebe jetzt mal das Produkt auf meine Handinnenfläche auf, weil ich auf der Handrückseite tatsächlich jetzt schon das andere Produkt habe. Und so sieht das aus. Schmilzt so ein bisschen mit der Körperwärme, hat so eine gelige Konsistenz, fühlt sich sehr gut an. Ist halt tatsächlich so wie den anderen Primer, wo ich schon daheim hatte. Also ich habe mir das Produkt sozusagen einfach nur nachgekauft, obwohl das andere auch nur so ungefähr zwei Drittel aufgebraucht ist. Aber ich wollte das jetzt trotzdem einfach mal mit reinnehmen, um auch zu wissen, ob es tatsächlich wieder eins zu eins das gleiche Produkt ist. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe das Gefühl, ich creme gerade die gleiche Seite ein. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt genau nur eine Seite geprimt, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt auch schon wieder die gleiche gemacht. Dabei habe ich tatsächlich nur auf der Seite Schimmer. Ich glaube, ich habe nur die Seite mit der anderen eingecremt. Mein Gott, das ist noch viel zu früh. Es ist zwar erst 10 Uhr oder es ist schon 10.15 Uhr, aber ich muss halt auch dazu sagen, ich bin erst wieder so um halb drei ins Bett heute Nacht. Deswegen bin ich absolut verstrahlt. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Abend bis 20 Uhr arbeiten soll. Die beiden Primer machen fürs Erste einen guten Eindruck, damit ihr das jetzt einfach mal gehört habt, falls ich irgendwie vergesse, die bei meinem Abschlussfazit nochmal zu erwähnen. Mir persönlich gefällt jetzt von den beiden aber tatsächlich eher die hier von Action. Ja, dann würde ich auch schon sagen, es geht dann jetzt weit mit Foundation. Und auch hier habe ich wieder einen riesen Struggle, denn ich habe wirklich Haufen Produkte da. Ich habe tatsächlich eine ganz liebe Kundin, wo gerade so ein bisschen ihr ganzes Make-up aussortiert und mir immer wieder mal die Sachen gibt. Die sie nicht mehr haben möchte. Und zum Beispiel hat sie mir jetzt wieder von Estee Lauder diese Double Wear Foundation gegeben. Habe ich allerdings schon von ihr da gehabt. Also ich habe die jetzt doppelt da. Die andere ist auch schon fast leer. Also ich finde oder glaube, die andere, wo ich daheim habe, reicht vielleicht maximal noch für drei, vier Mal. Und die hier scheint noch ganz voll zu sein. Dann hat sie mir außerdem am Wochenende auch noch dreimal diese Dior Prestige Foundation geschenkt. Und vor allem sehr gut ist, dass hier verschiedene Farben mit dabei sind. Ich werde jetzt halt so ein bisschen gucken, welche Farbe am besten zu mir passt. Vielleicht sozusagen eine Sommer- und eine Winterfarbe da lassen. Und die dritte werde ich dann einfach an meine Mutter weitergeben, weil die liebt teures Make-up, auch wenn sie es selber niemals kaufen würde. Aber sie kriegt ja zum Glück alles von mir. Und dann hat sie mir tatsächlich noch, damit ihr es jetzt auch einfach schon mal wisst und gehört habt, noch von Dior diese zwei Puder hier gegeben. Auch in zwei verschiedenen Farben. Einmal eine sehr dunkle Version und einmal eine sehr helle. Aber wir gucken dann später mal. Auf jeden Fall wäre das noch eine Option. Hier muss ich allerdings sagen, habe ich glaube ich schon die 1W am Wochenende getragen. Und mein erster Eindruck war nicht so gut. Also ich muss auch sagen, die Pickel, die ich jetzt hier überall an der Stirn habe, kommen tatsächlich von der Foundation. Allerdings, allerdings mit meinem Verschulden, also es liegt nicht an der Foundation selber, sondern ich habe mit Foundation-Resten geschlafen. Also sind die Pickel ziemlich sicher davon. Was mir aber im Laufe des Tages aufgefallen ist, als ich sie bereits drauf hatte, ist, dass die sich richtig stark in die Porchen ablegt und so gut wie kaum Deckkraft hat. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich kann es euch vielleicht mal ganz kurz zeigen. Hier sieht sie ja noch ganz schön pigmentiert aus. Und wenn man sie sich auch aufs Gesicht frisch aufgeht, geht es eigentlich auch. Aber die legt sich wirklich im Laufe des Tages in die Poren. Und wenn man das jetzt hier auch so verblendet, bleibt wirklich nicht viel Deckkraft übrig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist wirklich so ein Hauch von Nichts-Foundation so gefühlt. Ja, es ist wirklich sehr schade, weil ich finde die Foundation eigentlich oder fand das Packaging und auch alles drumherum, fand die Foundation sogar an sich eigentlich ganz nett und hübsch. Ich muss halt einfach mal gucken. Es kann auch sein, dass wenn ich sie dann nochmal benutze, sie mir dann tatsächlich besser gefällt. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt dreimal da und ich habe damit ein Riesenproblem. Denn wir wissen alle, dass mein Foundation-Körbchen schon längst wieder am Überquellen ist, obwohl ich es erst vor ganz kurzer Zeit aussortiert habe. Aber naja, hoffen wir, dass der September jetzt noch schneller kommt als gedacht, damit ich wieder aussortieren kann. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die ja schon am Wochenende getestet habe und euch jetzt schon mal so ein First Impression abgeben konnte, werde ich sie jetzt heute nicht nochmal benutzen. Aber ihr habt sie auch zumindest kurz auf meinem Gesicht gesehen. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich noch vier weitere Foundations, die ich eventuell benutzen könnte. Eins davon hat sie mir wiedergegeben, also meine liebe Kundin. Und zwar von By Terry, das Eclat Opulent Serum Foundation. Die habe ich auch schon einmal kurz getestet. Sieht auch wirklich sehr spannend aus. Auch hier ist nur so ein bisschen mein Problem, dass die Farbe sich zwar echt gut anpasst, aber es hat mir generell etwas zu wenig Deckkraft. Deswegen auch ein Produkt, was ich heute definitiv nicht benutzen werde und was dann auch direkt in meine Schminksammlung kommt. Aber ich mache das ja auch hier einfach so ein bisschen, damit ihr generell alle Produkte seht, die jetzt auch neu mit reingekommen sind. Damit ich die dann nicht doch mal für ein Monthly Collected Haul mit rauskramen muss. Dann habe ich hier noch von Riva Loves Me die Perfect Matte Makeup Creme Puder Textur. Ist halt auch so ein bisschen Foundation mäßig. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich habe auch hier noch von Max & More diese Matte Finish Foundation. Sieht auch sehr spannend aus. Und die letzte, die ich eigentlich wirklich ganz sicher testen möchte, ist die Perfect Poreless Foundation von Trended Up. Ich finde, die sieht super spannend aus. Und ich muss echt sagen, es fällt mir echt gerade schwer, aber ich muss echt sagen, von dem Interesse her für die Produkte, finde ich tatsächlich jetzt das hier ein bisschen spannender, weil es eine Creme Puder Textur sein soll. Deswegen werde ich jetzt die von Max & More einfach nochmal ins Hot New Makeup Körbchen schmeißen, weil Foundations habe ich tatsächlich jetzt nicht so oft wie zum Beispiel Lidschattenpaletten in meinem Hot New Makeup Körbchen. Was ich euch übrigens auch schon sagen kann, ich mache jetzt zwar für die Base zwei verschiedene Seiten, aber bei dem Augenlook werde ich das heute nicht tun, denn ich muss heute noch arbeiten und ich muss auch noch eine ganz wichtige Story abdrehen. Denn heute ist bei mir der 8. Januar und heute Abend um 18 Uhr geht tatsächlich meine eigene Kosmetik Brand online, beziehungsweise im Moment ist es noch eine Skincare Brand mit Abschmink- und Reinigungsprodukten und auch Pflegeprodukten. Aber es wird sich hoffentlich irgendwann mal verändern, aber das kann noch lange dauern, also vom Makeup bin ich noch ganz weit entfernt, wirklich, das könnt ihr mir glauben. Das wird wahrscheinlich wirklich erst mit 100.000 Abonnenten oder so kommen, wenn ich jemals so weit komme. Aber auf jeden Fall verlinke ich euch gerne mal unten meinen Online-Shop, da könnt ihr gerne vorbeischauen, denn ich habe wirklich sehr schöne Produkte mit meinem Namen drauf. Das ist zum Beispiel ein Toner, das hier ist ein 5 in 1 Makeup Remover, also perfekt für uns Makeup-Mäuse, denn wir wissen alle, Abschminken ist wichtig, sonst haben wir diese Probleme hier oben. Und ein Wimpern-Shampoo, das man aber auch als Reinigungsschaum benutzen kann, ist hier mit drin, beziehungsweise dabei auf meinem Online-Shop. Und das letzte mit Abstand teuerste Produkt, aber glaubt mir, es lohnt sich, denn es ist ein, auch sozusagen ein 2 in 1 Produkt, weil es für Tag und Nacht geht. Und zwar meine eigene Retinol-Creme. Das sind jetzt so die Produkte, die ich nochmal kurz erwähnen wollte. Und dann machen wir es weiter mit meiner Foundation, also nicht mit meiner, aber vielleicht kommt auch das irgendwann. Auf jeden Fall fangen wir jetzt dann an mit der Trended Up Foundation. Und was ja schon mal sehr gut ist, ist, dass die ein mattes Finish hat, weil sonst hätten wir ein Problem. Guckt euch mal an, wie schnell die runterläuft. Ich muss echt schnell arbeiten, bevor es sonst überall landet. Und ich nehme jetzt, glaube ich, die Max & More Seite tatsächlich dafür. Jetzt hoffen wir mal, dass keins der Produkte irgendwie Probleme macht, weil sonst muss ich auf Fehlersuche gehen, weil eigentlich ist das echt blöd, einen fremden Primer zu benutzen, wenn man die Foundation nicht kennt. Wobei ich sagen muss, den Primer kenne ich ja tatsächlich schon in seiner alten Aufmachung, aber halt eben nicht die Foundation. Und das halt auch leider nur auf der Seite hier. Und ich habe mich vertan, ich habe tatsächlich die Primark-Seite genommen. Also weiß ich doch nicht, wie es dann am Ende aussehen wird. Die Deckkraft ist auf jeden Fall unglaublich gut, also guckt euch das mal an. Meine Nase ist ja generell immer voll rot, aber boah, das ist echt heftig. Das hat eine richtig geile Deckkraft, gefällt mir sehr gut. Ich muss auch leider so ein bisschen zugeben, meine Nase ist auch der Hauptgrund, warum ich immer auf so eine hohe Deckkraft bestehe, weil die einfach so unglaublich rot ist. Ich habe tatsächlich jetzt weniger Foundation verbraucht, als ich braucht hätte. Aber naja, für den ersten Eindruck ganz gut. Wir schauen dann aber später mal im Laufe des Videos und generell auch einfach, wenn ich jetzt so ein bisschen dann auch eingearbeitet habe mit dem Schwamm. Weiter geht es jetzt dann mit der hier von River Loves Me und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also für eine 0,2 Neutral könnte die tatsächlich etwas dunkel sein, aber wir gucken mal. Ich habe jetzt auch leider wieder ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben, von der Menge her. Auf jeden Fall muss ich jetzt gucken, dass ich nicht schon wieder die gleiche Seite anpinsel. Und das hier ist dann jetzt die Foundation und das sieht einfach aus wie ein Orangenack-Hackfleck. Also die Farbe ist wirklich sehr schrecklich. Dafür, dass es eine 0,2 ist, kann man ja eigentlich schon eher damit rechnen, dass es fast der Farbe von Trended Up nahe kommt, aber leider nicht. Die ist übrigens auch parfümiert. Es riecht so ein bisschen nach Baby-Pflegecreme. Die muss ich auch leider sagen, ist mit ein bisschen zu wenig Deckkraft. Sie fühlt sich unglaublich pflegend an auf der Haut. Generell, ich finde auch den Geruch ganz angenehm. Also ich mag das persönlich sogar sehr gerne, wenn im Pflegeprodukt ein Geruch mit drin ist. Also ich weiß, es ist nicht gut. Ich meine, ich bin selber Kosmetikerin. Ich weiß, dass es nicht gut ist und dass es eben zu Hautreizungen und Allergien und so weiter führen kann. Aber ich persönlich als Privatperson, als sozusagen auf unwissend tuende Privatperson, finde tatsächlich, dass einfach Geruch bei mir in Pflegeprodukten sein muss. Ich habe jetzt aber auch zum Beispiel bei meiner eigenen Kosmetiklinie darauf geachtet, dass da keine Parfümerung mit drin ist, weil es halt tatsächlich darum geht, dass ich die Produkte auch in meinem Kosmetikstudio bei den Gesichtsbehandlungen verwende. Und deshalb, ja, muss ich da natürlich nochmal anders drauf achten als eine Privatperson. Ich benutze aber auch zudem tatsächlich die sehr gerne, auch wenn sie eben unparfümiert sind. Ich finde es auch gut, wenn sie von Natur aus unparfümiert sind und gut funktionieren. Aber ich muss halt sagen, ich finde, das hat so einen kleinen Anklang oder Gefühl von Luxus, wenn einfach eine Marke seinen eigenen Duft mit drin hat. Ja, was soll ich sagen? Also die Seite ist mit definitiv zu wenig Deckkraft. Würde aber sagen, dass es tatsächlich von meiner Naturhautfarbe her besser matcht. Und die hier ist zwar ein Ticken zu hell, aber hat genau die Deckkraft. Beziehungsweise zu hell ist sie eigentlich auch nicht, weil das halt natürlich auch, wenn ihr das erkennen könnt, meine normale Halsfarbe ist, also auf der Seite. Also es ist tatsächlich meine normale Halsfarbe. Nur bin ich halt im Gesicht natürlich dunkler, so wie fast alle von uns. Und dadurch hat man dann das Gefühl, dass diese Seite hier wirklich besser passt. Aber wenn man dann mal an den Hals guckt, sieht man hier... Kommt mit der Kamera immer so durcheinander. Da sieht man hier tatsächlich den Übergang. Also ja, eigentlich wäre tatsächlich die Seite hier passender. Was ich auch hier leider sagen muss, ich habe leider jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Foundation sein wird, die die Poren unglaublich verstopft. Weil ich habe jetzt schon das Gefühl, es sitzt ganz speckig auf und lässt meine Haut nicht richtig atmen. Also vom ersten Eindruck her bin ich tatsächlich eher auf der Trend-It-Up-Seite. Ich sprühe jetzt mal diesen Schwamm hier mit auch einem neuen Produkt ein. Und zwar auch von Max & More, das Fixing Spray. Da habe ich die alte sogar tatsächlich schon leer gemacht. Und mir dann deswegen auch das neue nachgekauft, auch um zu gucken, ob es das Gleiche sozusagen ist. Ich glaube einfach nur tatsächlich, dass die Produkte eine neue Verpackung bekommen haben. Weil auch der Primer hat sich wirklich komplett gleich angefühlt. Also ich muss echt sagen, mir gefällt die Trend-It-Up-Seite einfach besser. Ich glaube, das Nächste, was ich jetzt machen würde, wäre tatsächlich da mit dem Dior Puder weiterzumachen. Also das hier. Ich glaube, ich habe jetzt hier die Farbe Light gegriffen. Und das müsste auch eigentlich passen. Ich finde halt, das sieht recht dunkel aus. Aber wir gucken mal. Ich gehe auf jeden Fall mit einem Pinsel so auf das Netz drauf. Da kommt echt viel Puder. Also das ist auch noch komplett voll gefühlt gewesen. Und das platziere ich mir jetzt hier so hin. Ja, sieht man eigentlich... Boah, das sieht man richtig extrem bei mir im Bildschirm. Boah, das gibt auch noch mal einen Haufen Deckkraft dazu. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz auf der anderen Seite. Cool, das gibt wirklich Deckkraft dazu. Oh mein Gott. Was mache ich eigentlich? Ich habe meinen Concealer vergessen. Naja, egal. Ich setze jetzt zumindest einmal kurz die Stirn fertig und dann machen wir den Concealer. Den bei Concealer habe ich tatsächlich auch zwei Stück. Von meiner Kundin habe ich auch noch mal diesen Forever Skin Correct Concealer von Dior bekommen. Und ich finde den ja richtig heavy. Ich muss den auch, glaube ich, dann jetzt auf der dunkleren Seite benutzen, weil sonst wird er mir zu dunkel sein. Puh, das ist wirklich dunkel. Ich könnte den eigentlich sogar schon fast eher wieder als Bronzer benutzen. Und auf der anderen Seite kommt dann ganz neu mein Maybelline Löscher auf mein Auge. Ich habe den ja schon da. Es ist auch mit einer meiner liebsten Concealer, die ich daheim habe. Das Problem ist nur, der andere ist leer. Und ich wollte jetzt einfach auch mal das mit der pinken Farbe austesten, um zu gucken, ob ich halt meine Schwangerschaftsaugenringe besser abgedeckt bekomme. Okay, das hat jetzt falsch geklungen. Also ich bin nicht schwanger, aber ich war ja schwanger letztes Jahr. Und natürlich, diese Nachgeburtszeit ist hormonell auch nochmal eine Riesensache. Aber ich bin nicht schwanger. Nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Glaubt mir, die zwei Kinder, die ich habe, die reichen mir. Auf jeden Fall hat das ja auch immer so einen richtig coolen Drehmechanismus. Und dann dreht man sich das Produkt hier hoch. Und ich bin jetzt halt mal echt gespannt, weil es halt eben pink ist. Ui, das ist wirklich pink. Okay, es ist wirklich sehr pink. Ich meine, ich habe es mir zwar schon gedacht, aber auch nicht so sehr gedacht. Blende ich gerade mal zuerst diese Seite hier ein. Das war es dann mit dem Story abdrehen für heute Abend. Weil das Ding viel zu dunkel ist. Naja, ich nutze den Concealer mal ein bisschen, um noch hier generell so die Deckkraft einfach zu erhöhen und aufzubauen. Also der Concealer ist definitiv viel zu dunkel. Ich muss aber sagen, durch dieses Dunkle habe ich trotzdem das Gefühl, es ist ein bisschen besser so diese ganzen dunklen Verfärbungen auf dem Auge verbessert. So, dann blenden wir jetzt mal den Maybelline Concealer aus. Oh, und der sieht richtig schön aus, wenn man den ausblendet. Man sieht dann gar nicht mal mehr so viel von dem Pink. Was ja auch logisch ist, Farblehre mäßig. Also, wenn man ja einen pinken Ton auf dunkle Augenschatten aufgibt, soll er ja auch tatsächlich dann wie ganz normale Hautfarbe wirken. Sonst sollte, sonst würde man das ja auch nicht machen. Das Pink soll ja in der Farbe einfach nur die dunklen Verfärbungen ausgleichen und nicht weiter irgendwas machen. Also, wenn er tatsächlich bei euch pink bleibt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. So viel kann ich sagen. Also, die pinke Seite sieht Hammer aus. Der von Dior ist tatsächlich auch ganz gut von der Formulierung. Also, ich mag die Konsistenz sehr gerne. Die Deckkraft war okay. Hätte jetzt aber natürlich auch mehr sein können, finde ich persönlich, für einen Concealer. Hat sich tatsächlich einfach nur angefühlt, als hätte ich die Forever Skin Glow Foundation in einer Concealer-Verpackung abgefüllt. Aber okay, das ist jetzt auch wieder Make-up-Form-Niveau. Der hier von Maybelline hat mir richtig gut gefallen. Also, ich glaube, das wird auch mein neuer Liebling. Kann ich mir jetzt schon wirklich gut vorstellen. Ich nehme jetzt dann mal ganz kurz das Puder von Dior in der Farbe Fair, also ein bisschen heller. Und mache dann auch gleich mit dem gleichen Pinsel weiter. Benutze es allerdings für unter meine Augen. Und auch generell für das ganze restliche Gesicht. Vielleicht kann das jetzt auch noch ein bisschen den Concealer aufhellen. Nee, keine Chance. Vor allem der Concealer wirkt jetzt sogar noch richtig orange auf meinem Gesicht. Aber da muss ich auch einfach sagen, ich werde dann später nochmal, bevor ich die nächste Story abdrehe, werde ich tatsächlich dann leider meine andere Gesichtshälfte dann einfach nochmal mit der Trended Up Foundation so ein bisschen überschminken müssen, so wie ich es jetzt gerade tue. Weil man sieht es sonst einfach. Also es ist echt übel. Ja, das Dior Puder gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Ich finde auch das Packaging richtig klasse. Ich muss auch einfach zugeben, allein wegen dem Packaging hätte ich es mir auch gekauft. Also es steht auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass meine Kundin das jetzt an mich abgegeben hat, weil das ist einfach Luxus. Und ich muss auch einfach sagen, ich bin tatsächlich auch dazu bereit, einfach etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn mich ein Produkt einfach optisch auch schon ein bisschen besser oder mehr anspricht. Aber das muss jeder sowieso halten, wie er kann und will. Das kommt ja auch einfach auf die finanzielle Grundlage drauf an. Ich wollte es mir so oder so selber kaufen. Ich habe es zwar jetzt zum Glück geschenkt bekommen, aber ich hätte es mir sonst halt auch selber gekauft. Ihr habt ja auch schon gesehen, dass ich das hier noch benutzt habe. Das wollte ich einfach nur nochmal ganz kurz erwähnen. Von den Foundations her bin ich von der hier so ein bisschen enttäuscht. Vor allem, weil es halt auch heißt Creme, Pudertextur, würde ich so gar nicht sagen. Ich finde, es saß die ganze Zeit richtig kacke. Also die Trended Up Foundation dafür ein absoluter Gewinn in meiner Schminksammlung. Das hier wird wahrscheinlich dann beim nächsten Aussortieren fliegen, wenn ich es so lange durchhalte, weil ich weiß ja jetzt auch nicht, wie viel sich jetzt die nächsten Monate noch ansammeln wird. Es ist einfach echt lange jetzt ein ganzes Jahr zu warten. Jetzt habe ich hier tatsächlich noch ein paar Produkte. Ich habe hier zum Beispiel noch von Physicians Formula diesen Butter Blush. Ich denke, ich werde ihn jetzt trotzdem auch mit auspacken, auch wenn ich gerade überlegt hatte, den einfach gar nicht zu benutzen. Aber ich dachte mir, wir machen das jetzt einfach trotzdem. Was mir halt hier natürlich direkt auffällt, ich weiß halt nicht, ob das bei Blushers generell so ist. Im Vergleich zu dem Bronzer, der ist halt wesentlich kleiner. Also schon um einiges. Dann habe ich allerdings auch noch neu von L'Oreal diesen Le Blush. Den finde ich auch ganz toll. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich noch nicht diese Farbe daheim. Deswegen werde ich den jetzt auch einfach mal komplett öffnen. Ist übrigens die Farbe 120. Und dann habe ich noch von MAC, auch von meiner Kundin, geschenkt bekommen, diesen Blush hier in der Farbe Bubbles Please. Finde ich richtig schön und sehr besonders die Farbe. Er erinnert mich wieder an diesen Barbie Trend. Da will ich den auf jeden Fall heute ganz safe ausprobieren. Ich würde aber sagen, wir gucken jetzt erst mal, wie der von Physicians Formula funktioniert. Und falls er nicht so prickelnd ist, gehe ich dann einfach noch mal auf der gleichen Seite mit dem L'Oreal Blush drüber. Dann haben wir trotzdem alle drei verwendet. Ziemlich mal eben den von Physicians Formula. Und da kommt einiges auf den Pinsel. Ich werde das jetzt auch erst mal abklopfen und noch ein bisschen auf dem Handrücken abladen und dann auf die Wange gehen. Okay, ich glaube, ich kann doch noch mal ein bisschen mehr reindippen. Ich habe mir auch ganz ehrlich für den Blush heute nicht gerade den geeignetsten Pinsel ausgesucht. Aber naja. Die Farbe sieht eigentlich ganz schön aus. Ich finde, das ist so eine super Farbe, wenn man keinen Bock hat, jetzt alle Steps sozusagen zu machen. Also man lässt dann einfach Bronzer und Highlighter mit weg, weil es ist so eine Mischung aus Bronzer und Blush-Farbe. Hat allerdings auch wieder Schimmer, was dann auch gleichzeitig wieder den Highlighter komplett ersetzen würde. Finde ich also eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Ich setze jetzt einfach trotzdem so testeshalber noch mal den Le Blush von L'Oreal mit drüber. Und da gucken wir einfach mal, ob das jetzt noch mal was ausmacht. Ja, es wird ein Hauch pinker und nimmt so ein bisschen diese Bronzer-Farbe in dem anderen Produkt mit weg. Aber sieht schön aus. Finde sogar beide jetzt ganz gut, muss ich zugeben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so ein Cream-to-Powder-Produkt ist, aber es fühlt sich tatsächlich so an bei dem MAC-Blush. Die Farbe ist auf jeden Fall unglaublich schön. Ich gehe dann jetzt mit so einem Stippling-Brush von BH Cosmetics und Mrs. Speller mit rein. Den nutze ich richtig gerne für solche Cream-to-Powder-Texturen. Klopfe den wieder ab und setze den jetzt hier auf die andere Wange. Ich finde die Farbe richtig schön. Aber so Barbie-haftig finde ich die jetzt gar nicht. Ich finde, es ist ein schöner, normaler Ton. Die Farbe würde ich auch so im Alltag tragen, auch wenn ich ja nicht so der große Blush-Fan bin. Aber das ist eine Farbe, die würde ich tragen. Aber generell beide Farben oder generell alle drei Produkte, die ich heute jetzt hier mit euch als Blush getestet habe, würde ich tatsächlich auch ganz normal im Alltag benutzen. Auch wenn ich, wie gesagt, kein Blush-Fan bin. Aber die drei Farben gehen echt vollkommen klar. Ein bisschen auffälliger, wenn man will, den MAC-Blush. Wenn man es ein bisschen edler und eleganter will, dann vielleicht die anderen beiden. Gut, Bronzer und Highlighter habe ich tatsächlich nicht. Mir fällt tatsächlich noch ein, ich habe sogar noch ein paar Blush-Produkte vergessen. Ich hätte hier noch von Gualara dieses hier gehabt, auch von meiner Kundin, in der Farbe 03 Peach Party. Sieht schon echt arg runtergerockt aus. Wäre aber auch eine sehr schöne Farbe gewesen. Ich swatche euch mal ganz kurz neben dem MAC-Produkt. Also, ja, man sieht es kaum. Also auf dem Gesicht wäre auch wahrscheinlich nicht viel bei rumgekommen. Werde ich dann jetzt aber auch so direkt verräumen und nicht mehr abwarten. Und welche zwei ich noch vergessen habe, ist von Revolution, dieser Super Dewy Liquid Blush. Und dann auch nochmal diese ganz helle Version, die bei dem Puresh Adventskalender mit drin war. Fand ich ja nach wie vor nicht so prickelnd, weil es einfach ein viel zu heller Blush ist. Ich finde persönlich, es würde farblich sehr nah rankommen an den Concealer von Maybelline, wenn ihr das da kennen könnt. Also man könnte es eventuell auch als Concealer benutzen. Da müsste man halt natürlich erst mal mutig sein und das einfach mal ausprobieren. Mir fällt gerade auf, ich habe noch einen weiteren Blush vergessen, und zwar von Lavera, diesen Blush Stick. Aber vielleicht komme ich wann anders mal dazu, das zu testen. Gut, dann habe ich übrigens bei Pudern auch noch bewusst weggelassen, weil ich dann im Nachhinein doch gesehen hatte, dass ich die beiden Produkte schon mal benutzt habe. Und zwar von Ofra und Danessa Myricks Beauty. Diese beiden pinken Puder werde ich dann auch so jetzt endlich mal direkt verräumen, weil ich bin mir eigentlich jetzt im Nachhinein ziemlich sicher, dass ich auch nachgeguckt hatte in meinen ganzen Puresh-Neuheiten-Videos, ob ich die beiden benutzt habe. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es getan habe. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz mit euch die Augenbrauen und zwar mit einem Produkt von L'Oreal. Da habe ich auch das hier wieder zugeschickt bekommen. Und ich nehme jetzt einfach mal die dunkelste Farbe. Ich habe hier leider zweimal einmal die 5.0 Light Brunette und einmal die 3.0 Brunette. Ich finde, da ist kein Riesenunterschied, aber okay. Wir nehmen jetzt einfach mal das etwas Dunklere. Und ich gehe nur ganz kurz hier vorne so ein bisschen über die Stelle drüber, wo ich vorhin mit der Trended Up Foundation leider etwas drüber gekommen bin. Ich habe mir nämlich, ich glaube, vor zwei Tagen selber Hannah Brows gemacht. Und wenn ihr das nicht kennt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Sucht euch eine Kosmetikerin in eurer Nähe, denn dann sieht es so aus, als hättet ihr permanenten Make-up auf den Augenbrauen. Und ich habe das jetzt halt einfach so ein bisschen genutzt, um meine Nachstechzeit für mein permanenten Make-up so ein bisschen zu überbrücken. Ich muss halt einfach sagen, seitdem ich die Powder Brows habe, gefällt es mir halt einfach nicht, wenn ich die jetzt so ausmale. Ich finde, die sehen direkt so neigzeichenmäßig aus. Und leider wurden die mir auch definitiv damals zu dick gemacht. Also mir persönlich ist es wirklich zu dick geworden. Hätte ich so bei meinen Kunden jetzt auch tatsächlich nicht so dick gemacht. Generell, ich hätte sie komplett anders gemacht, wenn ich jetzt selber an mir hätte arbeiten können sozusagen. Aber es geht. Ich muss halt damit leben, dass es total bescheuert aussieht. Aber naja, man kann ja auch immer noch mal so ein bisschen mit den Schwamm und den Foundation-Resten drüber gehen, um einfach noch mal so ein bisschen die Farbintensität aus den Augenbrauen zu nehmen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter mit vielen anderen Produkten. Denn ich habe hier zum Beispiel noch so ein Instant Eyes von Be Perfect. Da hat man eben zwei verschiedene Farben. Einmal so einen sehr hellen Ton und einmal einen sehr dunklen. Während so ein paar Produkte, die ich jetzt tatsächlich auch noch mit benutzen könnte, dann habe ich hier auch noch so ein Pencil Me In von Be Perfect. Werde ich aber jetzt heute vielleicht eventuell nur für die untere Wasserlinie benutzen. Dann habe ich hier außerdem noch von Essence diese beiden Produkte, die ich auch noch nie getestet habe. Die liegen auch schon ewig in dem Hot New Make-up-Körbchen. Lidschattenpaletten will ich gar nicht erst anfangen, denn ich werde mich niemals im Leben entscheiden können. Vor allem ist es nur eine, die ich heute benutzen werde. Ich habe hier ganz lange schon von Essence, die sich hier liegen. Und ja, habe ich eigentlich nur wegen der Sammlung gekauft, bin ich ganz ehrlich. Dann außerdem auch noch die Welcome to Cape Town, auch nur gekauft wegen der Sammlung. Aber die finde ich tatsächlich farblich um einiges schöner. Ich habe auch hier übrigens noch von Be Perfect diese Haarflashes. Die werde ich aber heute auch nicht benutzen. Dann habe ich auch schon sehr lange liegen von Miss Souda diese Bare Harmony Palette. Die werde ich jetzt auch danach direkt verräumen. Ich werde die jetzt nicht weiterhin hier liegen lassen. Ich habe hier außerdem noch die Halloween-Version von Angelica Nyquist liegen mit Odense Eye zusammen. Ich habe sie jetzt auch mal endlich aus der Plastikverpackung geholt und werde sie mir jetzt zum ersten Mal anschauen. Puh, okay, die Palette ist doch echt geil. Und ich wollte sie die ganze Zeit nicht benutzen, weil ich mir dachte, ich mache dazu noch ein einzelnes Video. Aber ich werde niemals dazu kommen. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt packe ich mal ganz kurz noch die andere aus. Also der Grünton hier oben, der scheppert ja richtig. Boah, das ist so heftig. Ich zeige euch noch mal ganz kurz beide Paletten so nebeneinander. Also ich finde, das sieht schon echt mega gut aus. Also ich drehe es gerade mal so rum. Ich müsste halt bedenken, die beiden Paletten sind jetzt halt falsch rum sozusagen. Finde ich richtig, richtig toll. Schöne Paletten. Ich muss halt leider sagen, ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob es eine von den beiden tatsächlich wird. Die anderen drei letzten Paletten, die ich noch habe, ist von Be Perfect, diese Mrs. Glam Palette, richtig schön. Auch eine sehr natürliche Alltagspalette. Da könnte ich mir allerdings vorstellen, dass ich wirklich dazu nochmal ein separates Reels schminke, wenn ich jemals überhaupt wieder dazu komme, Motivation für Reels zu finden. Dann habe ich auch noch von Be Perfect diese Amplified Shadow Palette. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich da sogar schon reingedippt oder auch nicht. Die sieht noch unbenutzt aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die Palette. Ich finde, die sieht richtig toll aus. Hat sehr viele schöne Alltagstöne. Ich glaube nur tatsächlich, die ist mir jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Und die letzte, die jetzt auch schon seit ein paar Videos hier liegt, die ich jetzt auch schon in mehreren Videos gezeigt habe, ist diese Chapter One Palette von Be Perfect. Ist schön bunt, ist aber von der Formulierung her etwas billiger. Das sieht man direkt, wenn man in die Lidschatten reinguckt. Ich persönlich werde mich jetzt, glaube ich, tatsächlich für die eine von Angelica Nyquist entscheiden. Und zwar die etwas krassere, weil ich finde halt auch einfach diese Rottöne hier unten richtig spannend. Aber auch die Grüntöne hier oben. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Ich gebe mir jetzt mal einmal kurz ein Lidschatten Base auf und dann fangen wir auch schon an. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal mit der Palette an. Denn ich habe natürlich meine Lidschatten Base drauf und ich möchte nicht, dass die trocken wird. Also müssen wir uns definitiv beeilen. Ich hole nur noch mal ganz kurz diese ganzen überschüssigen Reste raus. Dann fangen wir einfach mal an. Und zwar gehe ich als allererstes mal in den dunklen Grünton hier oben. Und den stemple ich mir einfach hier schon mal so schön außen hin. Und das gleiche natürlich wieder auf der anderen Seite. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich direkt mal in diesen Rotton hier. Und den werde ich mir dann einfach so direkt hier so nachfolgend hin platzieren. Und dadurch, dass ich den gleichen Pinsel benutze, sind natürlich noch Grünreste dran. Und ich kann dadurch aber auch etwas leichter ausblenden miteinander. Jetzt nehme ich meinen kleineren, etwas angeschrägteren Pinsel und gehe damit hier in diesen helleren Rotton. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so ein Riesenunterschied ist jetzt zwischen den beiden Rottönen tatsächlich nicht. Und den presse ich mir jetzt hier bis komplett vorne hin auf. Also ich habe jetzt noch ein bisschen hin und her geblendet und ich denke, ihr könnt ganz gut erkennen, dass man zwischen den beiden Rottönen echt keinen Riesenunterschied bzw. gar keinen Unterschied sieht. Finde ich ein bisschen schade, aber ist okay. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zum Abdunklen in diesen dunkelbraunen Ton hier unten. Und den gebe ich mir einfach noch mal so ein bisschen hier unten rein, um einfach noch mal etwas Verdunklung zu schaffen. Allerdings sieht man jetzt auch nicht mehr so viel von dem Grün. Deswegen platziere ich das noch mal mit drüber. Und das gleiche dann natürlich wieder auf der anderen Seite. Was mir hier auf jeden Fall bei den Lidschatten sehr gut gefällt. Ich habe das Gefühl, man kann ewig lange aufschichten. Man bekommt irgendwie nie Probleme mit den Farben, dass es zu viel wird. Und das, obwohl ich schon echt viele Schichten die ganze Zeit nachgestempelt habe. Ich stört gerade nur so ein bisschen, dass das Grün immer brauner wird. Sieht gefühlt so aus, als hätte ich nur die braune Farbe benutzt, was halt echt nicht der Fall ist. Ich gehe jetzt auch in diesen ganz hellen Ton hier oben. Und mit dem werde ich jetzt einfach mal ganz kurz hier oben ein bisschen ausblenden und setten. Jetzt machen wir weiter mit diesem Stift hier von Essence. Und den werde ich mir jetzt sozusagen als kleine Cutcrease aufgeben, weil ich darüber gleich noch einen ganz besonderen Ton setzen möchte. Aber auch der alleine als Lidschatten würde unglaublich schön aussehen auf dem Auge. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich kann es in meinem Monitor erkennen, dass man hier gut die Farbabstufungen sieht. Jetzt möchte ich auf jeden Fall mit diesen ganz besonderen Tönen reingehen. Und zwar fange ich wieder an mit diesem grünen Ton hier. Und der sieht so heftig aus. Und den platziere ich mir jetzt hier hinten wieder hin, wo sozusagen auch das matte Grün saß. Von dem man ja leider jetzt am Ende nicht mehr so viel gesehen hat. Und das gleiche mache ich dann auch natürlich auf dem anderen Auge. Jetzt machen wir weiter mit diesem Rotton hier. Den finde ich so unglaublich ansprechend und schön. Und der kommt dann hier vorne hin. Guckt mal, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, das funkelt so schön. Wow, das sieht echt schön aus. Das gefällt mir echt gut. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mit dem Blendepinsel von vorhin von dem komplett hellen Lidschatten einfach nochmal da rein. Und blende jetzt hier nochmal ganz kurz die ganzen Schimmersachen aus. Ich gehe jetzt mal ganz kurz mit meinem Foundationpinsel von vorhin hier überall drüber und mache das ganze Fallout weg. Dann will ich jetzt auch einmal ganz kurz mit euch eine neue Mascara testen. Die kam auch von L'Oreal, beziehungsweise ich hätte sogar eigentlich drei Mascaras. Aber das hier sind dann die drei oder zwei Stück erst mal. Also einmal Tour Eifel und Louvre. Und da haben wir zwei verschiedene Mascaras mit drin. Die letzte, die ich hier noch hätte, wäre diese Lash Paradise Mascara. Ich möchte aber unbedingt diese Telescopic Lift Mascara ausprobieren. Die reizt mich ja schon seitdem Mascara geht, wenn es glaube ich diese hier war. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es diese hier war. Es wären auch übrigens solche Weihnachtssets gewesen. Also ich finde die auch richtig schön. Nur ist halt leider, wie gesagt, das Problem, ich halt eben nicht dran gedacht habe. So, dann benutzen wir jetzt eben diese Telescopic Lift Mascara und gucken mal, ob die wirklich so gut ist, wie auch oft gesagt. Okay, das ist jetzt gerade mal die erste Schicht. Und jetzt machen wir mal auf dem anderen Auge auch die erste. Dann kann solange die erste von dem anderen Auge antrocknen, weil ich mache immer so zwei, drei Schichten. Immer so ein bisschen abhängig von der Mascara. Joa, weiß nicht. Ich finde, das Produkt ist tatsächlich im Moment, wo ich es gerade benutze, noch ein bisschen arg flüssig. Also ich finde persönlich, wenn es zu flüssig ist, dann hält es halt leider nicht den Schwung so gut oben. Jetzt machen wir aber dann mal die Seite nochmal. Gucken wir mal, ob das was geholfen hat, dass ich es habe antrocknen lassen. Vielleicht hält es ja doch jetzt den Schwung ganz gut oben. Joa, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es hat tatsächlich was gemacht, aber ob das jetzt so gut war, keine Ahnung. Ich muss halt schon sagen, meine Wimpern sind momentan schon sehr kaputt. Und dafür sieht es gerade echt mega gut aus. Ich denke, ihr könnt das auch selber ganz gut sehen. Aber ja, wenn ich auch von Weitem in meinen Spiegel gucke, das sieht echt gut aus. Ich wusste gar nicht, dass ich doch wieder so gute Wimpern habe. Entweder das oder die Mascaras wirklich gut. Ich meine, es ist jetzt zwar nicht die beste, die ich bisher so die letzten paar Wochen und Monate getestet habe. Aber auf jeden Fall mit eine der besten. Und nein, ich habe keine aufgeklebten, halben, falschen Wimpern. Aber es sieht wirklich gut aus. Das kann man nicht abstreiten. Jetzt klebe ich mir einmal kurz Lashes auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt das Ergebnis mit Wimpern. Ich habe wieder sehr krasse Wimpern benutzt von Melody Lashes. Ich glaube, der Style heißt Cheerleader oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und der Look ist so, so schön. Ja, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich diese wunderschöne Palette hier benutzt. Und ich finde sie sehr, sehr gut. Sie hat mir sehr gut gefallen. Also, da habt ihr jetzt dann auch schon mal ein abschließendes Fazit so indirekt. Ich bin nur gerade am überlegen, welche Farbe ich mir unten aufgebe. Und ich glaube, ich weiß auch schon welche. Denn ich möchte unbedingt dieses krasse Grün hier versuchen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass es ein Duochrome Shade ist. Von der Seite sieht er total dunkel aus. Ja, machen wir es jetzt einfach mal. Oh mein Gott. Das ist so eine heftig geile Farbe. Es sieht wirklich mega gut aus, muss man jetzt echt mal sagen. Und ganz vorne in den Innenwinkel setze ich mir dann diesen hellgrünen Ton. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, was das jetzt dann tatsächlich ausmacht. Oh, sehr schön. Vor allem, weil das wirklich nur so ein Mini-Hauch von Grün ist. Ich muss echt sagen, ich werde jetzt nicht alle Lippenprodukte benutzen können. Mir reicht das leider von der Zeit her nicht. Ich habe schon 11.15 Uhr und ich fange gleich an zu arbeiten. Ja, ich werde mich jetzt einfach mal für eine ganz schnelle Basic-Methode entscheiden. Und zwar nehme ich jetzt hier von Rick & Morty dieses Lip Kit. Beziehungsweise von Glamlite das Rick & Morty Lip Kit. Und da haben wir so einen richtig schönen Ton als Lip Liner. Es ist so eine etwas pinkere Farbe. Aber ich glaube, das wird ganz gut mit dem Rot auf den Augen zusammen aussehen. Und da ist auch eben so ein Lip Gloss mit dabei in so einer etwas orange-licheren, bräunlichen Farbe. Und den gebe ich jetzt hier so mit rüber. Boah, und der passt richtig gut zu dem Rot auf den Augen. Das sieht richtig toll aus. Bin ich richtig froh darüber, dass ich mich doch dafür entschieden habe. Weil die anderen Farben hätten zwar auch alle ganz gut gepasst oder vielleicht passen können. Aber es wäre dann jetzt halt einfach wieder zu viel Geschmiere, weil dann wäre auch die Foundation mit weg. Ich zeige sie euch am besten jetzt einfach nochmal ganz kurz. Also ich hätte zur Auswahl gehabt von Trended Up dieses Power Shine Lip Gloss. Wäre jetzt aber eine Farbe, die hätte gar nicht dazu gepasst. Dann hätte ich hier sogar noch ein Blastick gehabt. Gar kein Lippenprodukt. Also kommt das sowieso weg. Von Luna Beauty hätte mir dann noch dieser eine Ton aus der Siren Sunset Palette, diese ganze Kollektion, gefehlt. Dann noch von Real so einen roten. Aber der hätte auch nicht, obwohl der auch, der hätte passen können. Aber naja, dann noch aus dieser Catrice LE, diese neue, so ein blauer Lippenstift. Wäre natürlich auch sehr fancy dazu gewesen, so einen Stilbruch mit blau zu machen. Und dann hätte ich auch noch von Trended Up so einen matten Lippenstift in einer sehr schönen Schokoladen-Vollmilchbraunfarbe gehabt. Und dann auch noch tatsächlich diese vier oder fünf Liquid Lipsticks und Lipglosse von Angelica, die eben auch zu der Palette passen. Ich packe die jetzt alle einmal kurz aus und zeige sie euch dann. Dann fangen wir mal an mit einem Matte Lipstain, also wahrscheinlich wirklich so eine Art Liquid Lipstick. Hier habe ich dann die Farbe Swamp Fog, also das hier. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Das wäre halt einfach so ein brauner, sehr fluffig, musiger Ton gewesen, wenn ihr das erkennen könnt. Eigentlich ganz hübsch. Was mich halt hier so ein bisschen stört, die Verpackung ist zwar ganz hübsch, aber man muss dann halt immer erst mal unten drunter nachgucken, welche Farbe es war. Dann habe ich hier als nächstes wieder einen Matte Lipstain in der Farbe Shadow Creature. Und das hier ist dann auch wieder die gleiche Verpackung, allerdings ein anderer Ton, aber irgendwie komplett anders. Also irgendwie, wenn ich in echt drauf gucke, sieht der richtig dunkelbraun aus, aber hier in meinem Bildschirm sieht es tatsächlich aus wie die gleiche Farbe. Okay, dann haben wir hier den nächsten, der jetzt tatsächlich ein Glow Lipgloss ist. Und leider kommt auch der Lipgloss in der gleichen Verpackung. Das heißt, man kann dann hier auch nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Gloss ist oder nicht. Oder halt eben ein ganz normaler Lipstain oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall die Farbe Glow Radioactive. Und wir haben hier so einen sehr schönen hellen Nude Lipgloss Ton, würde ich sagen. Hat jetzt auch nicht wirklich sonderlich viel Schimmer oder so mit drin. Der nächste ist dann ein Shine Lipgloss. Und zwar in der Farbe Spectral. Und wie gesagt, auch wieder die gleiche Verpackung. Es ist ja auch ganz cool. Ich hätte mir halt nur vielleicht gewünscht, dass man es halt hätte besser unterscheiden können. Aber okay, die Farbe ist ganz hübsch. Passt hier tatsächlich irgendwie gar nicht mit dem Etikett. Also auch in meinem Bildschirm sieht er total pink aus. Und das Produkt ist eher braun. Und dann haben wir noch wieder ein Shine Lipgloss. Also wir haben drei Lipglosse und zwei Lipstains oder Liquid Lipsticks. Und der letzte heißt dann Quicksand. Das ist dieser hier. Und der sieht so aus. Geht, aber wäre jetzt auch nicht so die perfekte Farbmatchding gewesen. Ich weiß nicht. Ich muss echt sagen, ich finde jetzt so einmal farblich betrachtet, ich zeige es euch auch einmal ganz kurz, finde ich jetzt auch nicht, dass da irgendwie viel jetzt zu diesem Look gepasst hätte. Vielleicht diese zwei sehr nudigen Lipglosse, aber sonst. Hätte ich jetzt tatsächlich austesten müssen, werde ich aber generell noch tun, weil ich habe ja auch noch die zweite Lidschattenpalette, die ich noch nie getestet habe. Und da werde ich dann einfach mal gucken, wie es ist. So, dann würde ich euch jetzt sogar an dieser Stelle tatsächlich gar nichts mehr zeigen. Und das aber auch nicht aus Zeitmangel, sondern einfach auch tatsächlich, weil ja, ich habe hier noch viele Produkte rumliegen. Ich habe auch zum Beispiel hier noch von Morphe so ein neues Setting Spray. Das kann ich vielleicht sogar auch noch ganz kurz mit drüber geben. Hier muss ich auch sehr sagen, ich mag dieses so Haarspray-mäßige Packaging. Ja, und wie gesagt, ich hatte euch ja eigentlich sonst die ganzen Produkte gezeigt, die ich eben noch da hatte, zusätzlich in jeder Kategorie, die ich aber halt heute eben nicht verwenden konnte. Ich habe hier zum Beispiel auch noch mal von L'Oreal Deason hier liegen. Den habe ich jetzt auch schon keine Ahnung, wie oft daheim. Und ja, bin einfach leider nicht dazu gekommen, es mit euch zu testen, weil hier auch einfach viel zu viel heute da liegt. Was ich jetzt mit den ganzen Produkten mache, weiß ich nicht. Ich werde das jetzt einfach aus der Situation heraus jetzt selber leider entscheiden müssen, weil ja, natürlich wird das Video wahrscheinlich dauern, bis ich es bearbeitet habe und online geht. Und ich werde jetzt die Produkte nicht zwei Wochen lang auf meinem Schreibtisch hier so stehen lassen. Ich denke, ich werde sie einräumen. Wenn ihr noch mal eins der Produkte, die ich heute nicht benutzt habe oder vielleicht auch noch mal eins sehen wollt von denen, die ich benutzt habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann versuche ich mein Bestmögliches zu tun, dass ich dazu noch mal ein Video mache. Und im allerschlimmsten Fall wird es dann halt eben einfach nur ein Short oder Real, wie auch immer. Nochmal ein kurzes, abschließendes, schnelles Fazit. Es gab heute sehr viele gute Produkte. Es gab aber auch ein paar, die ich halt eben nicht so gut fand. Zum Beispiel fand ich jetzt diese Strobe-Cream-Fake-Version nicht so prickelnd. Dann natürlich auch diese Foundation hier von Rival Loves Me fand ich nicht so gut. Würde ich jetzt auch tatsächlich beides wahrscheinlich beim nächsten Mal oder ziemlich sicher sogar aussortieren. Was mir leider auch nicht so gefallen hat, aber das hat jetzt rein mit der Farbe zu tun, ist dieser Concealer hier von Dior. Die Konsistenz ist ganz okay, aber auch da muss ich sagen, es ist mir tatsächlich für meine Bedürfnisse zu wenig Deckkraft. Sonst, die Blushes haben mir gefallen. Die Lidschattenpalette war der Oberknaller. Also guckt euch mal bitte diesen krassen Grünton bei mir unten auf der unteren Wasserlinie an oder am unteren Wimpernkranz finde ich echt mega. Das Lip Kit von Morty, richtig cool. Die Mascara hat mir ehrlich gesagt auch sehr gut gefallen. Also gehört auch zu einem meiner Top-Produkte in diesem Video. Die Puder von Dior auch sehr gut. Ansonsten muss ich mich einfach noch so ein bisschen durchtesten, weil es halt eben doch alles Produkte sind, die ich heute zum ersten Mal getestet habe. Und wir wissen alle, dass so eine First Impression einfach nochmal anders kickt. Dann würde ich mich an dieser Stelle auch schon von euch verabschieden. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Tschüss!